Jesus als Peter 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 Sch cuenta Je Esp***** It's Er schreibt ein Dach, wo kein dem Herrn eine Gaufe in ein Apfel bracht. Er bracht von dort, wo er auf das Lohn getraten hat. Aber bracht auch eine Gaufe für den Herrn aus dem Apfel. Er bracht das beste Steck von einem ersten geborenen Lohn von seinem Herd. Der Herr gleicht aber in einem Gefahr der Apfel, wo er jäuft. Wo kein in seinem Apfel Gefahr nicht, dann sticht kein der Oya an und anbeträgt der ganze Sache. So kein, er hat die Gaufe von dem Land, die Früchte oder von der Grenze, die er von dem Land gekriegt hat. Aber er bracht, dass er das beste Steck von dem ersten geborenen Lohn hat. Das wird er bringen. Und er sagt, dass Gott die Fäule auf das Apfel, was aber bringt, aber nicht das, was kein bringt. Nun, wenn wir wieder lesen, dann an der Geschichte, wir warnen, dass kein Wort sei er da und er denn er wird dem, ob den seinen Bruder aber dort mögen. So wir können sagen, dass du erst was erreicht und kein sind hart. Dort heißt es, dass wir da sind, so dass es nicht hart ist, wenn er nicht reicht. Und wenn wir nicht mehr in den Trägen in den Hebräer, nicht mehr in der Geschichte lesen, wenn wir in den Trägen in den Hebräer quillen auf Falschfeier und wieder lesen, was das Schriebe sein wird. Durch den Glauben Apfel aber, Gott ist ein besseres Apfel als kein. Gott ist unerkannt sein Apfel, wenn er von dem Thägen in den Hebräer erreicht wird. Und durch den Glauben redet aber noch, wann er auch schon dort ist. Die Einzige Menschen sagen, durch die Einzige Aussage, worum Gott nicht hört, kein sein Apfel angenommen, es bloß wegen kein sein Wort nicht reicht wird. Wenn es reicht wird, dann würde es dann alle angenommen werden. Und ich glaube, wo wir das bloß vorreicht. Wenn ich das hier so lesen will, Falschfeier hat, was ich sage, dass den Glauben Apfel aber Gott ein besseres Apfel aus keinem. Nun, das heißt es, dass der Apfel selbst das Gott da legevollen ist. Nun, warum kann Abel ein besseres Apfel bringen zu Gott? Wegen, weil er lebt im Glauben und er wüsst, wo Gott da legevollen hat. Er wüsst, dass Gott da legevollen wird, weil er das Paster von den ersten Geboren in den Lohn bringt. Dort wird Gott gevollen. Und wenn er aber wüsst, wo Gott da legevollen hat, will er das Paster für anbringen. Und so Gott unerkannt wird, kein Apfel, den Sinn hat wir nicht recht, und so wird nicht abrechtlich. Und so, er braucht bloß Wort von den Lohn. Das sagt nicht das Paster, das sagt nicht das erste, das sagt bloß Wort von den Lohn. Und so, er glaubt Abel, bracht ein besseres Apfel, wegen, er lebt im Glauben und er wüsst, wo Gott da legevollen hat. Nun, dann sagt er auch hierzu nur das, und wenn Abel noch da ist, ob er noch zu uns spricht, dann sind Sägenis, dass noch immer von dir zu uns reden, wegen dem Glauben, was er hat. Wenn wir im Glauben leben, ein Sägenis riecht wieder aus bloß dit Leben. Das riecht noch nur das, was wir gestorben sind. Menschen werden noch immer dort hören und von uns vertellen. Wir doof von der Sägenis dacht, das ist dort für andere Menschen. Wir lesen Geschichten von Menschen, die erst einmal haben im Glauben geleefd, und dort geeft Angst, Meld und Kraft für von der Sägenis wieder zu kämpfen. So, hier ist meine Frau für die von der Sägenis. Was wird dein Sägenis sein, nur dort, wo du gestorben bist? So, als du nie lebend bist, wird ein Schäden, wo die Menschen luter wollen, reden von dein Sägenis. So, ich möchte Gott dich segnen. Wir sehen uns mal zum Mars. Bis zum nächsten Mal.